Das ist Tobi. Doch Tobi ist ziemlich traurig, denn mal wieder hat er so kurz vor dem Abitur eine ziemlich schlechte Note in Deutsch kassiert. Verzweifelt und besorgt fragt er sich nun, wie er die nächste Klausur und vor allem das Abitur erfolgreicher meistern könnte. Tobi hat da eine Idee. Wieso nicht einfach im Internet nach hilfreichen Lernvideos suchen? Gesagt, getan. Nach kurzer Suche stößt er auch schon auf die Financial Tam FT Abi Plattform und ist überrascht, was diese so alles bietet. Zielgenaue Abivorbereitung in Deutsch. Referatsmitschnitte zur Stoffwiederholung der Pflichtlektüre. Inhalte der aktuellen Werke zur Pflichtlektüre. Gesamtüberblicke der Pflichtlektüre. Werkvergleiche. Werkvergleiche. Präsentationsprüfungen. Beispiele gelungener Abiprüfungen. Präsentationsprüfungen. Als Ideengeber für die eigene Prüfungsgestaltung. Interessante Psychologiethemen und ausgefallene Präsentationsideen. Und viele weitere Materialien auf der eigenen Deutsch-Homepage. Und nicht nur das, wir bieten euch auch das passende Übungsbuch zu unseren Lernvideos. Königsabitrainer. Für das Abitur 2015 und 2016 in Baden-Württemberg. Die komplette Vorbereitung auf Klausur und Abitur. Von der Hausarbeit bis zur Präsentationsprüfung. Mit video-unterstützten Erklärungen und vielen Links. Von Schülern der Oberstufe mitentwickelt. Und geeignet für die Jahrgangsstufen 11 bis 13. Für die allgemeinen und beruflichen Gymnasien. Mit diesem Abitrainer ist ein Erfolg im Deutsch-Abitur garantiert. Nix können, nix wisse, nix truff. Und dennoch eine Lyrik-Klassenarbeit passabel überleben. Dieses Motto durchzieht den folgenden Königs-Fitness-Trainer. Das gesamte Lyrik-Basiswissen klar erklärt. Mit Klassenarbeitstipps für Strategie, Zeit und Seitenzahl. Mit diesem Königs-Fitness-Trainer bist auch du in Lyrik fit. Jetzt ist Tobi einiges klarer geworden und er kann wieder aufatmen. Da kann doch jetzt nichts mehr schief gehen. Und das dank dem engagierten Team hinter der FT-Abi-Plattform. Den Deutschrettern von Baden-Württemberg.